Endlich zurück. Nach eineinhalb Monaten. Er wird die Peck. Ja, ein schön ausgeräumtes Areal. Das ist das Signal. Hier, mit diesem kleinen Streuchklemper. Schauen wir mal, was es ist. Müll. So schaut das aus. Alles abgeholzt. Am Harvester. Oder es eliminiert. Die Straße gemacht. So ist das Leben. Nur um das Holz zu verkaufen und wieder billig zu verkaufen und teuer wieder einzukaufen. Schauen wir mal, was haben wir da. Wow. Eine Münze. Cool. Warte mal. Ist ja heute schon ein Kreuzer. Wo ein Kreuzer keilen. Wow, schön. Vielleicht auch ein guter Vorteil. Vielleicht hätte ich diese Münze gar nicht gefunden, wenn dieser Weg nicht gemacht worden wäre. Schau mal. Schön. Super. Na ja. Ein Cartridge. Eine Patronenhülse. Na ja. Ein Signal. Fast zu schön. Und es ist auch hier oberflächlich. Schauen wir mal. Graben wir mal vorsichtig. Jetzt schauen wir mal, was wir da finden. Guck mal, der meint. Ich komme nicht mal rein. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Das ist eigentlich noch nichts. Das muss auch draußen sein. Aber von mir ist wahrscheinlich nichts gescheit. Aha, ich bin ein bisschen daneben gewesen. So. Okay, nochmal. Schauen wir mal. Steine. Da muss drin sein. Mit diesem Dinter. Was ist jetzt? Seh nichts. Somit kann es null sein, oder? Hä? Was ist da? Ah, da ist er da. Nicht. Ah, da steht also irgendein Beschlag. Duxlack, ist ein Sorter für Fitting. Ja mein Gott, wieder nichts Gescheites. Die Wolken ziehen auf. So, ein Eisensignal, ich habe es gegraben. Zwecks alten Baumstumpf, muss man nicht mehr aufpassen. Aber, eine alte Backe. Eine alte Schnalle aus Eisen. Ich glaube, die lassen wir wie sie ist und packen sie ein. Aber doch nicht. Ja, das ist halt, man will halt immer ein bisschen was machen. Und das passiert dann meistens. Und gut, eine Schnalle. Ist ja fast nicht zu glauben. Auf der Oberfläche liegt ein Zinkknopf. Zink, Zinkbutton. Vierlochknopf. Möglicherweise von der Wehrmacht, keine Ahnung. Falls die Unterhose weggeflogen ist, keine Ahnung. Weiß es nicht. Ja gut, ein halber Ochsenschuh. Überall sind der Bremsen. Pferde fliegen. What flies everywhere. Ja, das war's schon wieder. Leider noch kurz. Aber, was soll man machen, gell? Am Weg da ist, ist nichts da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. sediment genug. was soll man machen? auf dieseg Burke dann werdeern.